Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Romtool War 2 mit Sparta und Spartas Mythos hat gerade große Probleme gegen den Zorn. Da müssen wir mal schauen dass wir den Mythos gut verteidigen können. Aber hier sind sehr interessante Mauern. Ach das ist das hier. Stimmt, I can remember. I can remember. Gut, der hat... Ich würde eigentlich wirklich fast sagen... Uiuiui, der Wind ist gerade ziemlich heftig. Ich würde ehrlich gesagt fast sagen, wir stellen uns hier auf. Weil hier kommt er einfach rein und er kann sich ja gut ausbreiten und das ist nicht gut für uns. Deswegen werden wir hier komplett... Wenn wir uns hier ausbreiten... Und am besten wir machen das bisschen weiter vorne. Weil hier, wenn sie hier aufgehalten werden, wird der Turm nicht angenommen. Das ist extrem wichtig hier. So, die alle werden volle Kante von hier rum runterschießen. Also richtig. So. Die Frage ist, ob er von da kommt oder von da. Ja, ich tue die mal hier hin. Ich glaube, so ist es ganz gut. Das ist der einzige Weg hier rauf, oder? Ne, da ist noch einer. Der wäre natürlich besser, wenn er von hier käme. Aber das macht er natürlich nicht. Hier sind ja zwei Türme. Ah, hier gibt es auch zwei Wege hoch. Das ist natürlich nicht ganz so super. Ich stelle mich mal professorisch, äh, prophylaktisch mal hier hin. So. Ich hoffe, hier kann ich einiges bewegen. Genau. Die Pieken sind auch hier. Und der ist hier, weil der muss hier einiges verteidigen. Es nähert sich feindlicher Unterstützung. Na, die Unterstützung ist eigentlich relativ. Können die schießen? Natürlich können sie es nicht. Ah, die können alle nicht so, so geil schießen, ne? Naja. Das ist echt gar nicht so leicht. Das war viel zu tief. Der war gar nicht schlecht. Na, der war zu weit. Naja. Naja. Na, der war schon. Na, cool. Aber weiter rüber komme ich jetzt auch nicht. Deswegen muss ich so viel ballern auf die Pferde, wie es noch geht. Oh, das war bitter. Ja. Die Männer wanken. Hä? Bei dir haben wir auch keine Munition mehr. Der hat noch eine Munition? Ja, aber da ist es auch schon vorbei. Rät doch den Ding heran. Das stimmt. Oh, wow. Der landet in der Stadt drin. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Puh. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Ähm. Das ist sehr ärgerlich. Ähm. Das ist sehr ärgerlich. Ähm. Fuh. Ich hoffe, bereit zum Einsatz. Die Geniere erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nachkampfkavallerie bereits. Wo gehen die? Ach krass, von hier kommt man ja auch. Junge, Junge, Junge. Hier ist ja alles andere super. Ja, das wird jetzt hier schmerzhaft. Ach, die gehen von hinten rein, das ist ja mega kacke. Das ist ja ähm... Puh. Die gehen jetzt hier rein. Dammit. Ähm... Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Und das Problem ist ja auch, dass das der Siegpunkt ist. Wenn die das erobert haben, habe ich noch eine oder zwei Minuten, um das zurück zu erobern. So, du gehst mir nochmal da hin. Der geht hier hin. Der General kommt mit. So, hier die können, glaube ich, noch ein kleines bisschen ausreiten. Oder? Wie geht's euch denn? Momentan ganz gut. Fuck nee, das bekomme ich nicht mehr hin. Ja, aber ich glaube, dass... Das halte ich gut auf hier. Unser General wird angegriffen. Das muss ich halt ja jetzt ähm... Hier gut aufhalten. Okay, hier reite ich mal weg. Eine geht wieder zurück. Die reiten hier hin. Die gehen hier hin. Wo ist mein... Wo ist mein... Wo sind die? Das ist gut, dass ich ja jetzt die bekomme. Der geht jetzt mal auch nach da. Die gehen jetzt nach hier. Das passt hier. Die stellen sich so hin. Der geht wieder zurück. Und der General, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Gut. Der kann auch nicht mehr lange aushalten hier. Sehr gut. Ist gut. So, wo sind die? Die sind da. Das ist gut. So, jetzt können wir meine beiden Kavallerie einhalten. Oh, das äh... Das war hier nochmal bisschen stressig. Ich glaube, wir haben es. Nein, ihr... Ihr sollt... Ihr sollt außen rum gehen. Bitte. So, jetzt kommt der General und er ähm... Puscht die noch ein bisschen. Der ist auch noch ganz okay drin. Ähm... Genau, schön von den... Wette, ihr diese... Ja, okay. Die haben nur noch sechs. Ah, sechs Einheiten. Das ist nicht schlimm. Wohin geht die? Keine Ahnung. So, General, bitte mal alle pushen. Kraftkonzentration. Und... Nochmal... So. Sehr schön. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Ja. Das macht euch hier auch mal. Hier ist er halt durchgebrochen, ne? Ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schädlicher Weg. Ja. Ja. Jetzt, äh... Geh ich zum Angriff. Über... Ja. Ja. Und jetzt wird er von hinten... ... die Team penetriert. Ich will mal behaupten Spatas Mythos konnte sich erfolgreich verteidigen. Sehr gut, sehr sehr gut. Hier hat er komplett alles erobert, die ganze Küste, hier das hat er erobert, sehr gut. Okay, den Adeligen, den Adeligen muss ich noch töten. So, und hier, die werden jetzt auch wanken und die auch. GG. Haben wir Feigen gemacht. Wir töten die mal hier hin. Aber den General haben wir glaube ich nicht bekommen. Also, das werde ich jetzt nicht einnehmen, weil das verschlingt nur Einheiten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann muss ich wohl oder eben mit denen die einnehmen. Ach, schade. Ich tatte die Banken jetzt auch. Wir haben einen Turm eingenommen. Wir haben einen Turm eingenommen. So. Jetzt schön hier hinschießen. Ja, die schießen ja zurück. Warte, der macht ja schön Damage. Wir haben einen Turm eingenommen. Okay, sehr gut. Verluste. 3, 4. 345 hat er gekriegt. Und der 191. Sehr. 270. 200. Mhm. Ja, da hatte ich sehr viel Glück, dass hier noch ein zweiter oder ein dritter Ball war. Schade. Knapper Sieg. Ich fand den gar nicht so klar. Ja, wobei also wenn die vorne durchgebrochen wären, dann wäre es nochmal knifflig geworden, glaube ich. Dann wäre es nochmal knifflig geworden. Es war sowieso knifflig, dass er von hinten dann angegriffen hat, aber zum Glück nicht alle gleichzeitig. Was macht denn der Abtrünnige da? Der macht gerade eine große Invasion. Äh, was? Ähm, was? Ach so, der greift da an. Aber, ne. Ich will das selber haben. Warte, warte, warte. Warum sind das Sklaven? Ah, die kommen von oben. Das Problem ist, der hat so viele Lenkler. Ja, muss ich trotzdem versuchen. Weil hier ist ja keine wirkliche Armee. Na toll. Jetzt kommen die feindlichen Sklaven zu mir. Also, feindlich sind die immer, aber die Sklaven, die ich nicht verschuldet habe. So. Ah, hier wäre eine, wäre Kavallerie super cool. Er hat ja, also die Einheiten von ihm sind ja nicht viel, aber er hat, er hat genug, ähm, Speerwerber. Ja. Ja. Hmm. Ja. Ja, Kommandant. Das war mal der Ja. Unsere Geschütze erwartet eure Befehle. Meine Hoffnung ist natürlich, dass die Jugendlichen angreifen. Die Speerwerfer. Die Frage ist, also wenn er natürlich hier rumkommt, ist es perfekt. Wenn er da hinkommt, ist es auch super. Aber wenn er sich hier aufstellt und einfach so ausharrt, aber das sieht gerade ganz gut aus. Okay, ähm, ja. Ich kann es momentan noch so lassen. Ich stelle mich mal hier hin. So, jetzt lässt es besser. Sehr gut. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anweck. So, kommt der damit zurecht? Ich hole mal die, die Obliten hier. Die Reihe ist schon sehr dünn gesetzt. Ein schießbar. Ja, ich kann es schon sehr dünn gesetzt. Ich stehe weiter. Geht jetzt in der Befehle. Aber dann ist es auch sehr dünn gesetzt. So, es wird gut ausgehen. Das wird schon gut ausgehen. Ich stelle mich mal hier hin und schieße dann darauf. Also die sind ja alle, ja, das werden meine Leute schon hinbekommen, weil ich mit denen zusammen, das ist kein Problem. Okay, der geht jetzt zurück. Da schießen die nicht. Ach so. Ah, ich hab ja Stopp gemacht. Ah, hab ich jetzt vergessen. Ich mach mal Dampf. Ich mach mal jetzt Dampf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munitionsverbrauch. Ah, sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Sehr gut habt ihr das. Wunderbar. Wir helfen jetzt nachher mit. Der kommt aber auch mal hierher. Die gehen jetzt mal weg. Ich bin hier hin. Wir gehen da hin. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gutzen. Ja, das ist so gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munitionsverbrauch. Schaut. Gut, das war's jetzt. Gut, knapper Sieg. Passt. Ja, mein Vorteil war halt, dass er sehr wenige Leute hatte. Das war sehr gut. Das war super. Weil hier, wie gesagt, da ist ja niemand von mir. Ach, und ihr habt nächste Runde schon wieder eine, ähm, einen Sklavenaufstand. Und die kommen wahrscheinlich dann auch schon wieder zu mir. Gut, ähm, das hier werden wir dann alles die nächste Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, äh, habt, äh, wunderschöne Pfingsten. Ich produziere gerade vor. Also, es ist gerade der 24.05. Und, äh, in den Pfingstferien bin ich für drei Wochen an der Nordsee. Das heißt, ich muss noch ewig viel auf, also, vor produzieren. Das ist so anstrengend. Haha. Aber es macht immer noch Spaß. Gut. Ähm, ja. So viel zu mir. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr habt wieder schöne Ferien. Ähm, oder konntet euch, äh, wenigstens etwas Freizeit nehmen. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, 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 bye. sidek